und damit herzlich willkommen zurück zu hallo ok candy crush erzielt 22 punkte ich bin nicht geil ist hier gefragt ich kann ich tue einfach so als wenn ich ein professioneller spieler wäre und nie verkacken würde und wenn ich mich zu reden höre klingt das ziemlich und lustig und also ungläubig ich komme nicht mehr doch wie soll ich nicht weiter ich muss irgendwie alter ich kann hier nichts machen ich kann ja nichts machen hier oben es gibt es ja nicht da krieg ich vielleicht noch was hin und wenn ich hier noch was und der computer hat eingesehen dass keine sicher möglich sind ich bin begeistert von der pc du bist der held in person so wenn ich jetzt hier jetzt kriege ich natürlich wieder nix hin so dass er wenn du da weg machen und dann das hier und dann machen wir noch das weg der sache ist dass es mir da oben absolut gar nichts bringt so jetzt könnte ich das dann weg machen und dann aber jetzt kriege ich endlich mal was weg hey ich bin begeistert hey pure begeisterung also enthousiasmus und was sonst alles so vorhanden ist in meinem leben was ein brauch an die herr an die herr von you yes i found a really cool ding ich werde zu verkacken oder 40 sekunden und ich habe noch gar nichts erreicht das ist da hoch das ist da hoch das ist aber kaputt gemacht ja na endlich geht es hier mehr oder weniger bergauf jetzt kann man hier den das dahin hey der geist auch ein pur so ich habe das da noch und das da und das da noch hin hey und hier und ich habe es geschafft cool ich schaff das nicht ich schaffe das nicht ich habe es geschafft das will ich mich voll cool und aber so weil ich das geschafft habe es haben schon drei milliarden menschen von mir geschafft aber ich war der erste es gibt keinen sinn fragezeichen und bezeichnen das und doch ein wenig aber nur für mich so dann guck mal was wir hier noch zu machen können und aufhören können scheiße zu labern ah ich schaff das nicht mehr so und da muss hui bis morgen ich schaff jetzt auch vielen ich haben wird